Wenn du ein guter Spieler bist und deutsch reden kannst, bleibst du drin, wenn nicht, dann fliegst du raus. Ich hab ein Profil nicht. Und weg, ihr Sack. Eindeutig ein Cheater. Der fliegt raus und wird zückt und wird gestartet. Ich hab ihn rausgeschnissen. Ich schicke euch jetzt mal ein Bild in die Gruppe, das ist vollgeil. Okay, dann machen wir es so. Was? Was hab ich gucken sollen? Ich hab's gesagt, dann mach mal. So, ich hab's gesagt, guck mal. Komm die Türen gleich ordentlich aufmachen hier, Schatz. Ich bin schon schießt ein bisschen, ja. Oh, ich bin tot. hast du bist tot aber ich komm wieder keine Angst komm wieder ey kommst du denn her auch er hat eine Weinerung Achtung dem Krater er hat eine Weinerung ja wo schießt einer hier bei dir kommt einer mit jemandem wahrscheinlich eine Frau nein ich bin tot also doch du ne guck ich fahr ich fahr ich mit dem Auto wieder vielleicht hab ich dann ein bisschen Chancen hier dich zu beschützen kommt drauf an wie hoch die Chance ist oh ok Entschuldigung da fliegt ein Helikopter ah da fliegt ein Auto da fliegt ein Auto ich hab's gesehen oh das ist normal die Autos sind jetzt schon hehehe normal oh ey oh oh nein die Rotina oh was passiert oh wo ist was passiert wo ist was passiert naja ich bin 100 Level 16 ja wenn ich nicht was ist denn positiv eben ja beide 10 kills hey aber dann schlomm du nicht oh 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 ne wir haben es geschafft Schatzi haben es geschafft ne 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 es geht weiter es wird geballert hier es werden ein paar Sachen hier raus geholt hier Was rumst du denn das hier so? Ah, die Sonne steht so scheiße. Ey, die Tussi sieht ja aus, doch. Geht ja mal gar nicht, ja. Ah scheiße, ich hab's mit mir herz erwischt. Verdammt. Der ist tot? Ich hab echte hinter welcher. was er noch so viele hier Nein! Nein! Wollen wieder jemand mit? Schau ein Schatzi! Ich hätte die Motorräder auf die Seite räumen können, ne? Ah, es passt alles! Aber es ging alles gut! Oh, das natürlich so weit weggeparkt war! Furchtbar! Was? Was ist da explodiert? Wo? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Wir waren es nicht! Ich habe es nur gemerkt irgendwo! Und ich habe es gehört! Da kommt was! Da kommt was dann gehört! Ich muss so schnell rasen runter hier! Also ich habe es irgendwie doch ohne Tabletten in den Griff gekriegt! Mhm! Okay! Äh... Wahrscheinlich durch... Weil es leer war jetzt alles! Ja! Aber... Trotzdem muss ich viel trinken! Heißt doch trotzdem schlimm! Eigentlich sollte ich mir ja so eine... Ich schnapp mir den Motorradfahrer! Ich schnapp ihn mir! Nein! Nein! Geflogen! Ja! Elektrolytlösung! Ja! 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 Oh! 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 Was war mit dem los! Ich habe ihn halbwegs angeschossen! Oh! 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 Also ey! Ehm da... Ganz vorne Ah! Mami! Deine Tür ist auf... Le Taxi, ich bin ausgerutscht auf den Motorhubel! Haste denn Opa? Siehst du bist ungefallen! Nein! Nein! Der Sche NIH motorrad Hei Lad zack! Das musste jetzt auch runter mich durch... Oder? Ach... Mannnnnnnnnnnnnnn Wie das aussah mit dem Auflieger, erster Auflieger, boing und dann nachher die, die, die Zugmaschine auch mit uns so hochgehofft. Ey, ich hab fünf Kills, wuhu. Ich hab neun. Aber auch nur durch meine Zwerbbomben. Was? Ah Himmel, so versaute Leute hier. Das ist die neue deutsche Sprache. Richtig. Hatte früher nen Klassenkamerad, der konnte, der konnte von... Was ist denn so los? He he, Mexiko da. Na, so viele gleich hier? Jetzt mal gucken. Checken wir hier mal die Lage. Also, der erste ist ein Deutscher. Mexiko da? No. Genau. Der andere weiß dort, was er ist. Und der andere weiß ich auch nicht. Diejenigen, die Deutsch können, und diejenigen, die sich normal benehmen können, können bleiben, die anderen... Oh. Okay. Hm. Und die, die unsere Sprache nicht können, dürfen auch drin bleiben. Also, die, die kein Deutsch sprechen. Hast du kein Herz? Start! Ah! Ah, wo ist mein Auto? Einten. Bist du auch in real ne junge Frau? Oder spielst du nur ne Frau? Einten. Einten. Ich bin beides. Es ist doch ein... Es ist doch ne ganz normale Frage. Irgendjemanden beleidigen. Ich will nur fragen. Ja, in... Wie schickes Auto. Hat die Person noch hin. In... in real bin ich auch kein richtiger Mann. Ach, warum steht's da... Verdammt verfickst doch mal mein Auto hier drüben, ey. Nee. Na, kommst du hinterher? Schaffst es? Ja. Ja. Verdammt, scheiß Auto. Was machst du? Wohin? Kommst du hinterher? Ich komm wirklich nicht hinterher euch. Ja, das geht schon, Schatzi. Das geht schon. Geil geht Deutsch. Ich komm nicht irgendwie hinterher euch. Machst du das? Da war der andere Punkt. Haha. Die Laternen sind so hart hier. Sind nicht die Laternen, das sind die Strommasken. Achso, naja. Aber dann sind das die eben. Hups. 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 Na was, ey? Wo bist du, hm? Ich hab wieder falsch gefahren. Ich bin genau hinter dir. Warte, ehrlich? Ja, wo bist denn du hin? Ich wollt nur... Ich wollt nur gucken, wo du bist. Ja, ja, ja. Kannst du genauso fliegen wie ich, ja? Ha! Ha! Au! Warte mal ab hier. Warno, warum falle ich immer falsch? Ha! Da kommt jemand! 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 Da kommt jemand im Düsen jetzt? Jaaa. Da? Ich bin's aber nicht. Was sagst du? War schon wieder falsch, aber naja. War schon wieder falsch. Wenn ich immer hin will. Hä? Geht bestimmt gleich das Ding kaputt. Krass, wie langsam du, hä? Krass, wie langsam du, hä? 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 Das war meiner. Hä? 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 Ich seh noch zwei Füße. Auch voll in den Fuß reingeschossen. Ich bin eindeutig zu langsam. Das ist geil, wenn man in die Füße reinschießt. Hehe. Nein! Ich hab's gewusst. Siehste? Ich hab's gewusst. Ja. Hat er den getroffen? Ja. Nein! Hab's dem noch gesagt, Jungchen. Das ist, wenn man mit großen Gegenständen schießt. Hehe. Deswegen benutzt immer kleine. Siehste, groß bringt ja nichts. Oh. Nicht auf Neustart? Orta? Ja, auf Neustart natürlich. Neustart, solange es bis klappt. Wenn der wüsste, wer wir sind hier, ey. Oh, ey, hey. Der wird ein Shop fürs Leben geben. Oder sie oder es. Ups. Der wird ein Shop fürs Leben. Ja, wirklich, du. Halleluja. Sorry. Ja, macht doch nichts. Kein Problem. Mal passieren. Wenn man mit großen Geräten schießt. Sie sind auch nicht die hellsten vom hellsten. Also von dem her gesehen. Ne, ne. Oh Gott. Ich sollte auch High Heels anziehen. High Heels redet man viel schneller. Nein. Oh, ich steig aus. Ich will nie. Nein. Sitz. Ich nehm Taxi. Soll ich die mitnehmen? Kommst noch hinterher? Soll ich die mitnehmen, Schatz? Komm. Ach, du bist schon drinne. Ach, du bist schon drinne. Ach. Ich komm bei Ihnen. Ich sag doch gerade. Ich nehm Taxi. Er hat meine Frau entführt. Sonst muss man einen richtigen Namen sagen. Er hat meine Frau entführt. Nö. Schnell Polizei anrufen. Polizei. Nein. Nein. Ruf sie. Ruf sie. Sorry. Es tut mir leid. Hast du sie angerummt? Nimmst du noch? Ja. Hast du sie angerummt? Ich hab gesagt angerummt. Nicht angerummt. Das war nicht mit Absicht. Das ist meine Reaktion. Auf was? Eine Schutzreaktion. Eine Schutzreaktion. Ach so, übrigens, damit du es gleich weißt, du siehst dich auf YouTube irgendwann. Ach, hier oben steht ein Helikopter auf dem Dings hier. Auf dem... Auf dem was? Ja, auf dem Helikopter sag ich ja. Oh, also Marcel, die Kurve hättest ja auch kriegen können, oder? Auf dem... Ich wusste jetzt nicht wohin, dann bin ich einfach mitten reingefahren. Auf dem Krankenhaus. Ja, du bist wieder abgelenkt. Ich darf nicht mehr mit dir mitfahren. Also... Genau. Ich bin abgelenkt. Ich bin viel zu viel abgelenkt. Obwohl ich diesmal mehr angezogen bin. Also... Ich war auch abgelenkt, hast du ja gesehen. Haha. Oh, wo hast du wieder hingeguckt, hä? Ha? Na, auf dem Hinterteil. Aha. Vom Auto... Das ist doch nur bei deiner Frau, hallo. Ich hab aufm Auto geguckt und mit drauf gefahren. Ja, ja, ja. Das sagen sie alle. Das sah so schön rund aus. Haha. Oh, Junge, Junge. Also keine Angst. Ja, wir sind alle ganz friedlich. Wir sind im echten Leben eigentlich gar nicht so. Na, wir sind ganz... Ganz anständig sind wir. Wir nehmen nur alles mit Humor, das ganze Leben. Genau, das ist schon ernst genug. Richtig. Ich geh schon wieder nicht raus. Da. Rein gerannt. Rein gerannt. Huh. Rein gerannt. Na, du bist auch drin, ne? Wohl nicht direkt. Aber hier geht viel läuft viel ab hier drin. Na ja, alles noch indirekt. Oh, meine, 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 meine schöne Jacke ist rot. Alle rot. Elke, weg. Ja, Elke, weg. Oh, Schatz. Was? Er ist mich gerade fast platt gefahren. Oh, ich habe den schwarzen Fleck nicht gesehen, der rumratte. Wollt ihr nicht einsteigen hier? Oh, ja. Obwohl. Kannst du mich hier, kannst du mich hier mitnehmen? Ich komme mal hier. Er hört sich nicht. Ah, es gibt Gummi. Taxi. Ich kann auf deine Frau warten. Ach so. Ach so, du bist schon neben dir. Ach so, ich dachte, ach so. Guten Tag. Gummi. Oh, ich muss die Perspektive ändern. Ich kann nicht von drinnen rausgucken. Das ist so krass. Aber wenn der hinten sitzt, geht es leichter. Da sieht man nichts. Nein, 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 nicht so tief fliegen. Geh erst und hoch. Wie war das denn jetzt unter der Brücke durch? Ich habe mir schon überlegt, da unten durchzufliegen. Da habe ich es doch immer gelassen. Hier auf dem Gebäude, wo wir jetzt vorbeifliegen, da stand ich neulich drauf. Heli, die haben von oben runter Polizisten, Passanten und alles, all sowas abgeschossen. Die haben und haben mich nicht gefunden. Da kann man bestimmt den guten Krieg finden da oben. Aber irgendwann kommen dann die Helis und die erwischen dich dann und dann zack, die, bums, nix. Aber du musst auch passen. Oh, wir fliegen ganz schön nah beim FBI vorbei. Aber du musst auch passen, es könnte auch Mushy Close vorbeikommen. Oh, genau. Boah, Marcel, das war heftig in dem Spiel. Wenn das passiert, dann haben wir Pech, dann ist es vorbei, das Spiel. Richtig. Aber echt heftig, hä? Wie ist die Papa eigentlich da drauf gekommen? Ich weiß es nicht, du... Wow, das wird aber eng... Ich weiß nicht, der hat irgendwie... Mushy Close? Die Papa hat drauf... Das ist das... Das ist vom Kronk, ist das hier. Kronk und Sachazah. Irgendwie hat der gemeint, ähm, Mushy Close kann dir da auch nicht mehr weiterhelfen. Achso, ja. Oh, nee. Na, wo seid ihr? Oh, nee, schätze, stößt du jetzt ab? Oder wo bist du? Nee, ich stößt nicht ab. Ich bin hier drin. Ich sitz hinten drin. Hier in dem, in dem komischen Flieger. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Was war das? Das geht auf dem Konto, von dem der so laut laacht. Was war das jetzt? Bist du gegen den Baum geknallt, oder was? Ein Stromast. Nein, ich hab den Stromast mitgenommen. Oh, hau aah. Er wollte mal schnell telefonieren. Genau, ich wollte ins Ausland telefonieren. Oh. ich will nach Hause telefonieren das wollte ich mal machen aber es hat nicht so geklappt wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe doch haben wir Pich naja macht ja nix irgendwann haben wir es geschafft wenn man Rente gehen dann schaffen wir es naja also sind wir nicht mehr weit davon entfernt ne ne passt alles die wollen die Rente jetzt wieder erhöhen gell wer will was erhöhen so wie wollen die jetzt die Rente äh nicht die Rente das Alter erhöhen wo du in Rente gehen kannst naja haben wir schon wie lange soll ich denn arbeiten ich will auch mal irgendwo herkommen Tja das ist oh sorry also wir fahren hier drauf naja der hinter sieht gut aus ne was hey du hast den gleichen hinteren wie sie da stimmt irgendwas nicht ist sie jetzt n Mann oder du ne Frau beides beides also ich oh beides oben so unten so oder was richtig hübs nein waaat 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 naja super dann gib mir lieber Wassermelonen nee die sind zu groß die sind nicht reingekommen nein das Loch war zu groß oder du zu klein also das kannst du dir aussuchen naja ah ich komm von der anderen Seite kurz warte 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 ich schaff alles wer macht mit mir hier wieder einen auf Salsa um los zu hauen huh ups alles mit gutachten ich soll nicht immer das möchte ich es nicht abhängig zu machen nie die unmöglichen sachen ich bin gut oder kam er doch nicht mehr er immer immer Oh, was war denn das? Ich bin tot? Aber meine Tür fehlt hier auch. Der ist auch tot. Oh. So, wie? Weiß nicht, was es ist. Ich weiß ja nicht, was es ist. Er hat sich viel verlassen. Er hat sich geschämt. Er schämt sich für uns. Er ist gleich tot. Mami, Mami. Schmeiß dir die ganzen Sachen um hier. Guck mal an hier, was du machst hier. Hey. Hey. Was jetzt? Ja, schieß. Ah. Wo? Hinter dir. Nein, vor dir. Nein, wo denn? Hinter dir. Hinter dir. Wut werden. Ah. Ruhe. Bewegen. Da liegt hier draußen. Einer liegt. Ich bin auch drin. Hab's geschafft. Hinter dem LKW. Achtung, hinter dem LKW steht er. Okay, das ist weg. Ein. Einstell welche. Da steht ihm noch da. Ab demnächst. Ne, warte, ich hol ihn kurz. Guten Tag. Oh. Du bist gefahren? Ja Was ist die Scheiße hier? Okay Ach, das schöne Flugzeug Okay, wir können rein Ja, ich warte Ich häng mich am Propeller dran hier, ne? Warte mal Okay Das könnte ein bisschen kalt werden, gell? Hier so sitz ich vorne, ne? Ja So, wir sind jetzt hinten drin Mein Auto, mein Auto, mein Auto Nein Schatz, alles okay da hinten drin? Ja Hast du dein Auto getroffen? Ja, jetzt mein Auto euch für dich hat Nein Ach Oh, schon wieder 17.500 Er hat sein Auto kaputt gemacht Ich bin drüber gefahren, außer dem Ei, ei, ei Ei, ei, ei Zum Glück war das nicht mein Naja, wäre schon besser, wenn es deins wäre Hätte ich nicht so viel gezahlt Wie viel hast du gezahlt für dein Auto? 27.500 27.000 Achso, übrigens, ich habe gestern das Motorrad verkauft Was ich hatte Und ich habe dafür knappe 50.000 bekommen Oh, ist doch gut Auf geht's und fahrt Oh, pushen, was ist los? Du liegst übrigens wieder falsch Du liegst fast mit deinem Poppes runter Damit und damit hier hin Und mit dem Da vorne Ach ja, ey, das regnet ja Du hast überall Einschusslöcher bei dir am Körper, ne? Ich? Aha, ganz viele hier Ah, du dumm Den ich hole auch nicht Weg Hm, da ist er noch Und, es regnet kräftig Oh, ich bin da Auf dem Lenken, der so scheiße Das liegt an mir Ja, ich bin zu schwer Nein, warum denn jetzt schon wieder wach rum? Oh, das war ein bisschen heftig aufgekommen Ich bin doch mit den Rädern aufgekommen Eilandzeit Da war ne Schnecke Auf der, auf der Landebahn Und ein kleiner Stein Ein Kielstein Richtig Ach, Mann Ach, Mann